Es ist nicht die Aufgabe vom Fußball, Katar zu verändern, aber es ist die Aufgabe von den Akteuren, die FIFA zu verändern. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass wir so einen Fokus auf dieses Land haben und nicht auf die anderen? Gibt es wirklich nur an der WM? Ja, schon. Weil es gibt so viele andere Länder, die wir auch kritisieren könnten. Tun wir aber nicht. Es gibt jetzt ein großes Ereignis, das immer verbunden war mit positiven Emotionen. Und plötzlich schaut man halt genauer drauf und man stellt fest, dass halt bei der Vergabe was nicht in Ordnung war und sagt, da passt was nicht. Ich meine schon, dass die Fußballgemeinschaft dann auch das Recht hat zu erfahren, was ist passiert, was ist schiefgelaufen und warum findet dann trotzdem eine WM dort statt? Das hat die FIFA sich selbst einzubrocken. Was sie gerne hätten, ist eine glanzvolle Weltmeisterschaft, wo jeden Tag wunderschöne Bilder von einem Land gezeigt wird. Es sieht wunderschön aus, alles schön poliert. Die Leute zeigen Emotionen, es wird angefeuert und alle sagen, das haben wir geschaffen. Ich finde aber, das spiegelt die Lebensrealität der Menschen, die dort leben, nicht. Denn bis zum Anpfiff und dann danach wieder ist das Leben anders. Aber man will uns klar machen, vier Wochen, hier ist alles super. Und dann natürlich heißt es ja bei euch in Deutschland, ist auch nicht alles in Ordnung. Das ist schon klar. Aber die WM wird dort ausgerichtet. Das ist ein großes Privileg. Und dann, finde ich, hat man auch das Recht, da Kritik zu äußern. Also ist diese WM jetzt ganz im Keller? Bei mir ist sie präsent vom ersten bis zum letzten Spiel. Ich werde als Experte arbeiten für die ARD. In dieser ganzen Diskussion und auf die Reise, die ich mich begeben habe und alles, was ich herausgefunden habe, was eigentlich echt ein Abturner ist. Aber wenn ich dann, das, was Leute dann sagen, dann darfst du auch diese WM nicht kommentieren, muss da Konsequenz sein, sage, dann muss ich aufhören, Fußball zu schauen. Weil dann kann ich jede Fußballmannschaft, die irgendeinen Bezug zu Katar, zu China oder sonst was hat, darf ich nicht mehr schauen. Und dann war es das für mich. Ich habe gesagt, ich liebe den Sport. Es hat bisher niemand geschafft, mir diese Leidenschaft abzutöten. Aber ich habe es auch als meine Pflicht gesehen, halt das, was dahinter ist, darüber zu reden. Aber der Fußball bleibt meine große Leidenschaft. Deswegen habe ich die Frage beantwortet. Ich werde das machen, werde mir aber auch die kritische Haltung bewahren. Und ich denke, den Spagat, den kriege ich hin. Liegst du eigentlich mit Katar Evers da hin oder mit der Lufthansa? Ja, ich werde mit dem Zug nach Mainz fahren, da ist das Studio. Man kann also...